Hallo, willkommen in meiner Außenküche. Wie ihr mitgekriegt habt vielleicht, habe ich hier einen neuen Grill und der hat einen Wokbrenner. Und heute werde ich den mal zum ersten Mal probieren und einweihen. Den Wok, das ist ein Carbon-Stahl-Wok, klassisch, habe ich eingebrannt. Das muss man machen, um Fertigungsrückstände und Kohlenstoffrückstände zu entfernen. Und ja, mit dem fange ich heute mal an zu kochen. Und heute gibt es ein kleines Curry mit Garnelen und Knoblauch, Zwiebeln und Paprika und etwas Limettensaft. Nichts aufwendiges, geht er rotz-fatz. Und dann fangen wir gleich mal an. Und dann fangen wir gleich mal an. Und dann fangen wir gleich mal an. Und dann fangen wir gleich mal an.